Heute ist ein schlechter Tag. Der Lippenstift ist weg, der Lipgloss passt nicht und ihr seid nervös, um ein perfektes Make-up hinzubekommen? Es ist Zeit, Make-up Stresslöser zu verwenden. Schaut euch die besten Ideen für verrücktes Make-up an. Dehnt Schleim, spielt mit Wasserbällen und verwandelt ein EOS in eine Disco-Kugel. Dolly sieht unglücklich aus. Geht sie etwa nicht gut? Make-up kann sie nicht glücklich machen. Sie lehnt ihren Lieblings-EOS-Balsam ab. Ich sollte was dagegen tun. Lasst uns ein EOS etwas Glanz verleihen. Sie wird nicht widerstehen können, eine glitzernde EOS-Disco-Kugel zu nehmen. Bemalt ein EOS-Silber. Macht oben eine Öffnung mit einer erhitzten Spitze. Klebt dann eine Kette an. Bedeckt den Kleber mit silberner Farbe. Befestigt noch Strass-Steine mit Sekundenkleber. Verwendet unterschiedlich große Steine. Hängt die glitzernde Disco-Kugel an einem Zweig. Hey, schau! Was ist da in dem Busch? Dolly findet ein Überraschungsgeschenk. Und woher kommt es? Haben Fenes nach einer Party vergessen? Es ist toll! Eine EOS-gefüllte Disco-Kugel! Dieses Geschenk ist sehr gelungen. Blondie sucht etwas zu essen. Aber sie findet nichts. Es gibt nichts Leckeres in der Küche. Sie muss auf etwas Veganes ausweichen. Wie es der Zufall will, bringt Dolly einen cremigen Kuchen. Hoppla! Sie lässt es direkt vor Blondies Augen fallen. Blondie ist verzweifelt. Beruhige dich! Es war nur ein Streich. Es ist kein Kuchen, sondern Gesichtspuder. Wir brauchen einen Kuchen, Squishy. Macht einen Schnitt in der Mitte. Und vergewissert euch, dass ihr es nicht durchstecht. Legt dann das Gesichtspuder hinein und schneidet ein Loch in der Mitte aus. Klebt das Puder da rein. Befestigt das Kuchenoberteil am Deckel. Dolly öffnet den Kuchen. Hör auf zu weinen, Blondie. Lass uns ein bisschen Puder auf dein Gesicht auftragen. Verwendet den Squishy, um euch zu beruhigen. Und Blondie findet Rucola für das Mittagessen. Dolly sucht verzweifelt in ihrer Schminktasche. Sie findet ihren Lieblingslippenstift nicht mehr. Na toll! Wo hab ich es hingelegt? Plötzlich findet Dolly einen weiteren Schatz. Eine stressabbaune Schminktasche. Und da ist ihr Lippenstift drin. Wer ihn da wohl reingelegt hat? Übertrag dein Entspannungsmuster auf weiße Schaumgummifolie. Geht es mit einem Modellierwerkzeug nach. Definiert das Muster mit einem schwarzen Marker. Und malt das Bild aus. Klebt das Federmäppchen mit doppelseitigem Klebeband ab. Und befestigt das Schaumgummimuster. Schneidet noch den Überschuss ab. Blondie legt den Lippenstift in die Kosmetiktasche hinein. Dolly ist total abgelenkt. Ihr braucht verschiedene Marker. Und malt das Entspannungsmuster aus. Tragt schönes Make-up auf der Make-up-Tasche auf. Blondie langweilt sich. Sie trinkt weder ihren Kaffee, noch hört sie, was ich sage. Leidet sie unter Stress? Ich sollte was dagegen tun. Ich nehme einen Lipgloss-Stressabbauer heraus. Wir machen Schleim. Misch Kleber mit rosane Acrylfarbe. Fügt ein halb Teelöffel flüssiges Waschmittel hinzu. Verrührt es, bis ihr eine Schleimkonsistenz erhalten habt. Gebt noch Soda hinzu, damit es nicht an euren Händen haften bleibt. Übertragt den Schleim in einen sauberen Lipgloss-Behälter. Blondie öffnet den Lipgloss. Was ist das? Ist der Glanz schlecht geworden? Ich glaube nicht, dass ich es auf meine Lippen auftragen werde. Auf der anderen Seite kann es meine Stimmung heben. Ich strecke den rosa Glipgloss aus. Es sieht aus wie Kaugummi. Blondie ist draußen eingeschlafen. Die frische Luft entspannt sie. Dolly verwendet eine andere Methode. Sie holt Wasserbälle hervor. Gebt bunte Wasserbälle ins Wasser hinzu. Und lasst es für ein paar Stunden aushärten. Übertragt die Bälle in einen leeren Rouge-Behälter. Dolly genießt es, die Bälle zu berühren. Ihre leuchtenden Farben halten die Stimmung aufrecht. Und sie braucht so kein normales Rouge mehr. Blondie wacht plötzlich auf. Wie spät ist es? Oh Gott, ich muss mein Make-up auftragen. Ich komme sonst zu spät zu meinem Date. Und was jetzt? Ich habe nur noch eine Minute. Blondie versucht ihr Make-up mit zitternden Händen zu machen. So wird ihr Make-up bestimmt nicht gut aussehen. Sie muss sich zuerst beruhigen. Hier, ich habe was für dich. Schneidet das Ende von einer Foundation-Tube ab und reinigt sie. Gebt Glitzer und Nagelpärchen in klarem Schleim hinzu. Knetet es dann. Und legt den Schleim in die Tube. Klebt den Schnitt wieder zu. Blondie drückt Glitzer und in Schleim statt Foundation heraus. Es ist Make-up-Magie. Es macht Spaß, den Schleim zu dehnen. Blondie vergisst sofort ihre Probleme. In der Zwischenzeit hilft Dolly, ihr Make-up zu korrigieren. So fällt ihr Date nicht ins Wasser. Dolly muss ein schwieriges Problem lösen. Wie wähle ich die passende Lidschattenfarbe? Keine leichte Aufgabe. Blondie hat keine Probleme. Sie hat einen Spinner, um die richtige Wahl zu treffen. Wir brauchen drei kleine Farbbehälter. Legt an den Lidschatten jeweils hinein. Drückt den Lidschatten mit alkoholgetränkten Feuchttüchern an. Befestigt ihr Behälter an dem Spinner. Blondie dreht ihren Make-up-Spinner. Die hellblaue Farbe gewinnt. Vergesst so eure Probleme. Lasst den Spinner die Wahl treffen. Dolly hat spezielle, flexible Make-up-Pinsel. Sie kann sie leicht biegen. Entspannt eure Hände, damit ihr den perfekten Eyeliner und Lidschatten auftragen könnt. Ihr braucht den Make-up-Pinsel ohne Griff. Schneidet die überschüssigen Glitzerklebestifte ab. Und erhitzt ein Ende. Befestigt dann ein Make-up-Pinsel. Die biegsamen Make-up-Pinsel und ein Lidschatten-Spinner ergeben ein ausgezeichnetes Make-up-Set. Genießt euer Make-up. Verwandelt es in ein lustiges Spiel. Blondies Lippenstift ist verbraucht. Sie ist unglücklich. Dolly bietet ihr einen an. Hier, probier es aus. Aber es ist nicht wirklich Blondies Farbe. Er ist zu rosa. Dolly zeigt, wie man diesen Lippenstift benutzt. Es ist eigentlich gar kein Make-up, sondern Stressabbauer. Nehmt einen leeren Lippenstift. Knetet rosa einen Ton. Und reut es auf, um einen Lippenstift zu formen. Klebt es in die Röhre. Dreht den Lippenstift nach unten und entfernt den Überschuss. Formt den Schnitt mit euren Fingern. Blondie drückt den Lippenstift und dehnt ihn. Keiner würde denken, dass er Stress reduzieren würde. Jetzt hat Dolly einen echten Lippenstift parat. Blondie trägt es auf. Jemand muss wohl zu viel Freizeit haben. Dolly ist total hüppelig. Hat sie ein paar Batterien geschluckt? Sie hat genug Energie, um ein ganzes Haus zu erleuchten. Sie ist ziemlich nervös. Was ist mit ihr los? Ich sollte ihr dringend einen speziellen EOS geben. Bevor sie noch explodiert. Schneidet das mittlere Gitter aus einem EOS-Behälter aus. Verwendet dafür ein erhitztes Messer. Und legt ein Gummiball hinein. Dolly weiß zuerst nicht, was sie damit machen soll. Cool! Es ist ein Gummi-Hüpfball. Sie lässt ihn sofort loshüpfen. In der Zwischenzeit kann ich weiter kochen. Wie fandet ihr unsere Ideen? Dann schreibt uns, welches Make-up ihr zur Beruhigung verwendet. Vergesst nicht uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.